Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Woche gehabt, ein wunderbares Wochenende. Heute Abend, 21 Uhr, letztes Gruppenspiel, Deutschland gegen die Schweiz. Ich werde dabei sein. Denkt dran, alle Spiele jetzt in den Gruppen werden am letzten Spieltag zeitgleich ausgetragen. Das heißt, sucht euch den besten Sender aus. Viele von euch haben ja Magenta, ich persönlich auch. Ansonsten bleibt nichts anderes übrig als die GEZ-verseuchte ARD-ZDF. Ich hoffe auf einen dritten Sieg heute und nicht unbedingt Spanien jetzt schon, sondern dann viertelfinale wahrscheinlich. Aber auch die müssen wir schlagen, wenn wir Europameister werden wollen. Da wir jetzt aber die nächsten drei Wochen ein bisschen weniger Spiele pro Tag bekommen, weil die Vorrende jetzt bald vorbei ist. Was für mich persönlich als Fußballfan absolut Highlight, jeden Tag drei Spiele vom Büro aus gucken, zu Hause gucken. Mega gut einfach. Trotzdem brauchen wir wieder Ablenkung. Und da kommt es doch gut, dass wir Season 4 mit Season Update haben. Und wenn ihr gar nicht mehr wisst, was da eigentlich angekündigt wurde, gehen wir einmal in die Roadmap. Ich sage es euch, wie ich es. Das war ein fantastischer Übergang, auf den ich sehr stolz bin. Roadmap, vieles davon haben wir ja schon mit dem Hauptseason Update bekommen. Und ich persönlich muss ja sagen, diese Season hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Tarkov ist jetzt fast sechs Monate im Vibe, da habe ich jetzt ein bisschen Pause gemacht. Und jetzt ist es eben so, dass wir ja Richtung Übergang Black Ops 6 steuern, worauf ich mich persönlich sehr freue. Multiplayer ist leider, wenn man sich das hier anguckt, wir haben zwei neue Karten. Das ist in klein, eine neue 6 gegen 6 Map, die kommt jetzt. Und das Gross 6 gegen 6, eine Insys-Variante von Das Haus. Mit so ein bisschen Zombie-Theme drumherum. Also so Zombie-Fleisch und Blut an den Wänden. Wird aber Das Haus sein. Das ist, was Karten angeht, schon alles. Dazu kriegen wir Mutationen, Headshots only, den kennen wir schon im Modus. Und Havoc, also mehr oder weniger Chaos. Das ist für den Multiplayer, ehrlich gesagt, absolut wenig. Und zeigt einfach wieder, dass seitdem wir Warzone haben, der Multiplayer sehr, sehr vernachlässigt wird. Ich persönlich finde das sehr schade. Das Problem ist, viele sagen immer, ja dann sollte man halt, damit man auch die Spielerzahlen wieder erhöht, den Multiplayer frei für alle machen. Also gratis, so wie Warzone ist. Das Problem ist, ihr werdet dermaßen von Cheatern verseucht sein im Multiplayer in dem Moment, dass das niemals geschehen wird und das wissen auch die Leute bei Activision und Microsoft, die verantwortlich sind. Dazu kriegen wir zwei neue Waffen. Die Reclaimer 18, das ist die Spatz 12, die ihr alle kennt. Und den Slashhammer. Multiplayer ab Mittwoch wird bedeuten, irgendwie überschlägt euch einer mit einem Hammer auf den Kopf oder er ballert euch mit einer Shotgun weg. Meine Empfehlung für euch, so mache ich es am Mittwoch auch. Schaltet bei Twitch gerne zumindest diesen Update rein. Ich werde die Waffen freischalten und dann in Beutegate leveln, so dass ich ein bisschen weniger Kopfschmerzen und Stress bei dem Ganzen habe. Eigentlich behandle ich ja Warzone-Sachen gar nicht, weil mich Warzone wirklich einen Fuck interessiert. Aber einmal für die, die es gehört haben, es wird ein öffentliches Event mit einem Runaway-Training geben. Ich weiß nicht genau, was sie da machen. Gab es bisher keine Infos zu. Ein neues Poi-Update, also ein Point-of-Interest-Update. Es wird also einen neuen Ort geben, der vom Loot her interessant sein wird auf Warzone. Und die Redacted Weapons. Das ist mehr oder weniger fast alles, was wir jetzt neu bekommen. In-Season Qualify für World Series of Warzone lief schon. Da läuft gerade sozusagen die letzte Chance, wenn man das so nennen möchte. Das heißt, wenn jemand da irgendwie noch Interesse hat, ich glaube, aktuell gibt es noch eine letzte Chance dazu. Ein kurzer Schwank zu Zombies, bevor wir auf das eingehen, was mich am meisten traurig macht, auch bei dem Mid-Season-Update. Ihr bekommt einen neuen Rift jetzt Mid-Season, ein Unstable Rift. Das heißt, für alle, die irgendwie Bock haben, ist ja eine ganz coole Variante in Zombies. Was mich so ein bisschen negativ behaftet bei dem Ganzen ist, dass eben nur ein Team Poron die Chance hat, den zu nehmen. Mir wäre es lieber, wenn jedes Team unabhängig voreinander das könnte. Aber Treyarch wird es, glaube ich, so nicht zulassen. Treyarch arbeitet nicht mehr an Zombies, sondern nur noch an Blackop 6. Und man muss sich dann eben mit dem zufriedengeben, was man einfach hat. Ihr müsst jetzt alle ganz, ganz stark sein, Leute. Es wird Waffennerfs geben. Die Superior wird genervt, genauso wie, und das ist eigentlich das Traurigste, die Car wird genervt. Ich habe die gesamte Season Rebirth Island gespielt und ich habe fast ausschließlich die Car zusammen mit dem Support gespielt. Die Superior oder sonstiges. Diese Waffe hat so viel geile Erinnerung wieder zurückgebracht. Aus der Rebirth Island-Zeit damals, als es wirklich Peak-Gameplay war, weil die Option Caldera war. Kein Mensch auf dieser Welt hat Caldera gespielt. Es war so eine Schmutzkarte. Und die Car haben sie Anfang des Season rausgebracht. Die hat vom ersten Moment an sich geil angefühlt. Es hat Spaß gemacht. Sie war extrem stark, das muss man sagen. Sledgehammer hat vor ein paar Tagen getwittert, dass sie die jetzt mit dem Mid-Season-Update nerfen werden. Ich gehe davon aus, dass sie die Damage-Range reduzieren. Aktuell macht ihr Headshots auf 70 Meter. Only Headshots. Das wird es nicht mehr geben. Genauso wie Thorax. Sie werden sie locker auf 55, 50 Meter reduzieren. Sie wird sich nicht mehr so anfühlen wie vorher. Und ein ganz kurzer Moment von Andenken. Ein kurzer Schweigemoment bitte für die Car. Danke Jungs. Vielen Dank. Also, macht euch schon mal dran an den Gedanken, dass wir eine neue Meta bekommen werden in Rebirth. Ansonsten finde ich es relativ übersichtlich, was wir mit diesem Mid-Season-Update bekommen. Wie genau sie die nerven, wird ja auch für Rankplay nicht uninteressant sein, für Warzone generell, für Rebirth, Multiplay jetzt nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Werde ich euch nach dem Mid-Season-Update vorstellen. Ich habe ja aktuell noch die Hoffnung, dass das Mid-Season-Update ordentlich kommt. Die Top-Secret-Collab ist ja mittlerweile die Fallout-Collab gewesen. Da wird jetzt also nichts Neues mehr kommen. Und dann zum, wir machen einen kleinen Sprung, Ende der Season 4 soll es ja schon soweit sein, dass wir den ersten Übergang bekommen. Von Warzone, von MB3 rüber zu Black Ops 6. Was im August eine Beta erfahren wird. Ihr könnt die Beta spielen, egal wo ihr vorbestellt. Also Playstation, Xbox, PC, alle Plattformen. Werden das allererste Mal seit Ewigkeiten alles gleichzeitig bekommen. Das ist ewig her, dass wir sowas hatten. Wenn es das überhaupt schon mal gab. Durch dieses dämliche Playstation-Exclusive-Paket, was Sony da mit Activision vor vielen Jahren ausgehandelt hat. Das ist vorbei. Das heißt, egal wo ihr vorbestellt, könnt ihr gleichzeitig die Beta spielen. Und zur Beta hin wird es im Juli dann eben diesen Übergang geben, wo wir in Warzone schon die ersten Gimmicks und vielleicht Events bekommen, die das neue Zeitalter von Black Ops 6 eben ankündigen dann. Was ich euch noch ankündigen möchte, zum Ende des heutigen Videos. Ich bin mittlerweile seit vier Monaten mit Displayed verpartnert. Und es ist unfassbar für mich, dass ein Creator bei meiner Größe die Chance dafür bekommen hat. Und mein Vertrag wurde mit Displayed auf unbestimmte Zeit verlängert. Was bedeutet, ihr dürft weiterhin fleißig bestellen. Das habe ich euch zu verdanken. Es gibt, und ihr seht es ja im Hintergrund bei mir, ich habe Stürmen von Tarkov, ich habe die Goons, ich habe Zombie-Displays, ich habe vorne im Wohnzimmer noch mehr als genug. Wenn ihr Bock habt auf ein geiles Display, die Qualität ist mega, die halten einen Leben lang. Ihr könnt sie immer wieder anmachen, abmachen. Ihr bekommt jeden Tag neue Rabatte. Ist hier direkt oben rechts. Da seht ihr immer den tagesaktuellen Rabatt, den ihr nehmen könnt für ein oder zwei Displays. Alles, was ihr machen müsst, unten meinen Link benutzen, bestellen. Und dann schreibt mir mal, was ihr euch bestellt habt, weil ich weiß, einige aus meiner Community haben alle Zombie-Displays und ich warte sehnsüchtig auf die Black Ops 6 Displays, weil dann werde ich wieder zuschlagen. Leute, lasst ein Like da auf dem Video, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch ein geiles Spiel heute Abend.